Hallo Fans, der BVB kauft umstrittenen Spieler, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Borussia Dortmund soll auf einen Transfer des umstrittenen Nationalspielers Felixen Mecha vom VfL Wolfsburg drängen. Eine andere Persönlichkeit hingegen wird. Für den BVB zur Hängepartie, Borussia Dortmund könnte bald den nächsten Neuzugang für die nächste Saison bekannt geben, nach Angaben des TV-Senders Sky wirbt der BVB für eine Verpflichtung von Felixen Mecha vom VfL Wolfsburg. Die Rede ist von Hintergrundgesprächen, der BVB wollen Mecha auf jeden Fall verpflichten, sagte Transfer-Experte Florian Plettenberg. Viel Potenzial wird in Dortmund beim ehemaligen Nationalspieler gesehen, so der Reporter. Mecha ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Kürzlich hieß es, dass Mecha eine Ablösesumme in Höhe von 10 bis 20 Millionen Euro schuldig sei. BVB-Fans protestieren gegen Felixen Mecha. Da es keinen Gegenwind gibt, ist es unwahrscheinlich, dass der mögliche Transfer des 22-jährigen Profis zustande kommt. Berichten zufolge sorgten homophobe Posts auf Mechas Instagram zuletzt für Aufsehen rund um den BVB, der Quere-Fanclub Rainbow Borussia hat einen offenen Brief an den Verein geschrieben. Gerüchte über einen möglichen Mecha-Transfer würden mit großer Sorge verfolgt, sagte er. Wir möchten unsere tiefste Besorgnis über die Verpflichtung dieses Spielers zum Ausdruck bringen. Mecha ist Antiquär und zeichnet sich immer durch diese Einstellung aus. Mecha selbst wehrte sich am Freitag auf Instagram gegen seine Kritiker. Auf meiner Fußballreise habe ich Menschen aller erdenklichen Hintergründe, Ethnien und Glaubensrichtungen getroffen. Es ist wichtig deutlich zu machen, dass ich wirklich alle Menschen liebe und niemanden diskriminiere, schrieb der Wolfsburger, damit sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.